Ich kann es dir ins Gesicht sagen, was gelaufen ist mit den 2.000 Euro. Jetzt sagen wir euch mal was. Vielleicht raubt denen das auch mal ein bisschen Energie. Dreckige Bitches. Ich möge das stärkere Team gewinnen. Charakterlos. Ekelhaft. Ihr seid solche Pussys, Alter. Halt echt mal am Rand und habt Respekt. Halt's Maul. Tschüss. Du hast eine Allergie gegen die Leute hier. Auf geht's. Vier gegen zwei. Let's go.